Jo, meine giftigen Freunde, willkommen zu einem weiteren giftigen Video. Ja, wie ihr hört, bin ich extrem krank. Und ja, eigentlich wollte ich trotzdem Let's Plays aufnehmen, aber ich schaffe es leider komplett gar nicht. Also, eigentlich würde das ja voll klar gehen, aber ich muss fast alle 10 Minuten niesen. Husten muss ich auch noch. Und ihr hört ja, ich bin erst richtig erkältet und heiser dazu. Also, so Erkältung würde noch für ein Video klappen, aber Heiserkeit ist echt kacke. Also, das ist wirklich das Einzige, wo ich halt wirklich sagen muss, es tut mir echt leid, aber hier schaffe ich erst mal kein Video, bis ich wieder gesund bin. Ich werde auch einfach wieder ein Video raushauen, sobald ich wieder gesund bin und werde halt einfach mit einem neuen Format anfangen. Wo es halt darum geht, wie ich eine Welt starte, wo ich halt alleine spiele und etwas Bestimmtes vorhabe. Aber das seht ihr ja an dem Zeitpunkt, wo es halt ist. Das soll echt bloß ein kleines, kurzes Video werden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und wundert euch nicht, warum jetzt in letzter Zeit keine Videos kamen und erst mal auch keine kommen werden. Ich rechne mal, dass am Montag bis Dienstag, also nächste Woche, dass es bis dato wieder ein bisschen besser geht. Und dass es mir halt, ja, besser geht, euch wieder in der Lage mit Aufnahmen zu machen. Ja, dann bleibt giftig und ciao. Ciao.